Eine Tischmesse ist das spezielle Segment. Es ist ein Business-to-Business-Anlass. Nutzen Sie also für die Pflegeheimen. Die Kerngruppen Wirtschaft vom Lebensraum Lenzburg-Sithal hat die Tischmesse ins Leben gerufen, um das lokale und regionale Gewerbe möglichst effizient und kostengünstig zusammenzubringen und einen möglichst grossen Nutzen für die einzelnen Teilnehmer zu erzielen. Alles konnten wir machen. Bevor wir aufgestellt hatten, hatten wir schon die ersten Kontakte. Die Einleitung war sehr gut und jetzt läuft es. Wir sind jetzt zu dritten hier. Es ist niemand am Tisch. Es sind alle am Netzwerken. Ich habe bereits eine kleine Runde getan und habe interessante Gespräche über Welten, über Dinge, die ich so nicht kenne, was mich dann halt immer wieder angenehm überrascht. Andererseits, hier an unserem Stand ist es natürlich interessant, den Leuten die Gasewelt näherzubringen. Für mich ist das wunderbar, weil es ist genau das, was wir eigentlich ja Woche für Woche machen. Es ist ein Marktplatz, wo sich Menschen treffen, wo sich Menschen austauschen, die aus der Region sind und Geschäfte in der Region machen. Und das ist, was wir unterstützen. Und für mich ist das wunderbar. Ich bin beeindruckt, dass es funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so einfach geht. Mit relativ wenigen Mitteln bringt man das Networken an. Die Leute reden miteinander. Die Leute tun sich austauschen. Stellen teilweise fest, dass sie noch nicht einmal kennen, dass es das Gewerbe gibt. Und das ist eigentlich die Idee. Ich habe eigentlich von Anfang an gemerkt, dass Leute kennen wichtig ist. Und wenn man Leute kennt, kennen die auch wieder Leute, die einem weiterempfehlen können. Und von daher ist das eigentlich mein Beweggrund, hier hinzukommen. Was ich hier sehe, funktioniert es sogar sehr gut. Ich bin selber sehr überrascht. Und ich finde es toll, wie viele Firmen schon bei der ersten Ausgabe dieser Tischmesse hierher gekommen sind. Und auch der Austausch untereinander ist sehr intensiv im Hintergrund. Es lebt. Ich war jetzt schon ein paar Tischmesser, aber da geht wirklich die Post an. Es ist sehr vielseitig. Wir hatten schon sehr gute Gespräche in allen Bereichen. Sei es auch werbetechnisch von Mitbringseln für Kunden. Und es ist sehr interessant und wir sind weitergekommen. Also ich bin überwältigend von dieser Messe. Und zwar insofern, dass man ganz viele Unternehmer hier sieht. B2B, Business-to-Business und wie vielfältig das Angebot ist. Also ich habe hier Firmen gesehen, wo ich nicht gewusst habe, dass sie existieren und was sie anbieten. Und das ist eine gute Gelegenheit. Was ist das Ziel? Das Fazit ist eigentlich so, dass wir mit verschiedenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen reden konnten, wie sie es als empfunden haben. Und es war durchaus positiv. Der Feedback, das Networking, das wir miteinander machen konnten. Die verschiedenen Branchen haben sich zusammengetan, haben miteinander geredet. Und haben einfach voneinander profitieren können. Und heute kann man eigentlich sagen, die, die nicht dabei waren, haben definitiv etwas verpasst. Das war ein erfolgreicher Anlass, das kann man sagen. Und wir hoffen natürlich, dass das nächste Jahr, dass die, die das verpasst haben oder noch nicht genau gewusst haben, um was das überhaupt geht mit dieser Tischmesse, auch dabei sind.